Ich möchte jetzt ein bisschen den Bogen spannen zum Online-versus-Offline-Meeting, weil ich immer wieder höre, dass jetzt das Online so schwierig ist und hin und her. Und ich glaube, das ist insofern wahr, weil die Online-Welt sozusagen als Verstärker dient und Sachen offensichtlicher macht, zum Beispiel auch in der Ablenkung, dass einfach, wenn du vom Computer sitzt, du einfach mal aufstehen kannst und dir was zum Essen machen kannst oder dass du einfach mal ein E-Mail nebenbei bearbeiten kannst. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die mit Laptop im Besprechen sitzen und ihre E-Mails machen, aber es ist einfach viel offensichtlicher, speziell dann, wenn du die Kamera ein- oder eben ausgeschalten hast, was dort passiert. Und mein Punkt ist jetzt ein bisschen, ich glaube nicht, dass die Meetings, wie sie offline waren, alle so toll waren. Du hattest nur wenige Möglichkeiten. Wenn du dort warst, dann warst du dabei, da hast du mehr oder weniger aktiv zuhören können mit dem Laptop vor dir oder nicht, aber was sind das für Besprechungskulturen, wo Leute mit dem Laptop in Besprechungen drinnen sitzen. Und gleichzeitig, aus Höflichkeit allein schon heraus, kannst du quasi einfach dann nicht halt dort sitzen und ich weiß nicht, die Arme verschränken und am Fußboden schauen oder so. Was du aber eigentlich gern tun würdest und das gelingt wahrscheinlich online und das meine ich mit dieser Verstärkung, das gelingt dir online halt viel leichter. Du kannst einfach nebenbei irgendwas anderes arbeiten, du kannst einfach mal aufstehen, wenn du das Video ausgeschalten hast, dann kannst du überhaupt alles machen, was du willst. Und da wird das einfach viel klarer und viel offensichtlicher, was sicher schon seit Jahren davor auch ein Problem war. Und bringt mich einfach wieder nur dazu zurück, überleg dir doch bitte, warum machst du dieses Meeting, was bringt es dir als Führungskraft und was soll es deinen Mitarbeitenden bringen, damit sie auch etwas davon haben und eigentlich, in Anführungszeichen, gerne in dieses Meeting gehen, weil warum nicht?